So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part hier zu The Medium, weiter geht's. Dankeschön fürs wieder mit dabei sein. Dankeschön fürs Einschalten. Let's go. So, okay. Was flackert hier? Welches Gespenst treibt hier sein Unwesen? Hui, einmal kurz den 360 Spin. Cool. Schauen wir mal. What is happening? Wird's doch gruselig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das Horror... Ah, da steht was. Ich weiß nicht, inwiefern wir in Richtung Horror gehen werden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht viel über das Game. Ich hab nur ein paar Bilder gesehen. Nur ein paar Bilder. Bin ich jetzt den Jumpscare? Werde ich jetzt geboot? Da flackert. Da geht die Tür zu. Das ist ein Yurai. Das ist ein Yurai-Geist. Was zur Hölle? Siehe oben nach. Da war was... Was heißt... Siehe oben nach. Ich mach jetzt mal... Ich mach jetzt Biakugan. Bringt nix. Was heißt denn? Siehe oben nach. Und dann hat es passiert. Nein. Wie es so viele Male getan hat. Die... Was ist passiert? Jetzt werden wir erfahren, was Sache ist. Hä? Wo ist das verdammte Notbuch? Ich werde zu lange sein. Ich muss dich finden. Warte, was? Marianne? Marianne. Hast du... Hast du... Hast du kracht, mein Kind? Eine Parallelwelt? Eine Traumwelt? Es ist okay, Jack. Jetzt, du hast nicht meine Noten gesehen, oder? Hast du, Lieber? Meine Erinnerung sind ein bisschen schuldig. So viel für die Ängste und grössig. Wo ist das? Hör, Jack. Oh, okay. Ich verstehe, glaube ich, jetzt schon mal. Oh, nein, nein. Ich habe so viel Arbeit, mein Lieber. Es ist okay, Jack. Ich kann nur... Lass es gehen. Es ist nicht wichtig. Du... Du schreitst. Was ist falsch hier? Ja, also... Oh, auf dem Linken sähe das so weird aus, ne? Jetzt kann ich verstehen, was sie meinte. Mit die Leute finden sie wahrscheinlich etwas seltsam. Jetzt setz dich. Jetzt ruhe dich aus, Mann. Hör doch mal auf uns. Bitte. Nein. Ja, Jack. Es wird alles gut sein. Wenn ich im Krankenhaus bin, bin ich sicher, dass du okay bist. Oh, das ist lieb. Ich frage mich gerade, warum die Maske? Zum Lala letzten Mal rühre ich jetzt etwas aus. Danke. Ich liebe dich, mein Kind. Ich habe dich seit dem Moment, du warst in den Mord. Ich liebe dich. 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 Okay. und das war's ja da muss noch mehr hinter stecken also irgendwie ich weiß nicht ja wenn du es nicht anders weißt und du kennst das schon seit jeher gehst du davon aus dass andere das ebenfalls so kennen das hat sie dann mit den jahren herausfinden können wahrscheinlich auf keine allzu leichte weise weil die leute finden sie dann wahrscheinlich seltsam und sie ist dann verwirrt kennt ihr das nicht das ist eine gute ablenkung von all dem jetzt das ist gut sie braucht jetzt ablenkung wir brauchen was neues wir brauchen ein neues ziel was sie nachgehen kann es ist wichtig das ist gut aber wir kriegen intro hallo taube das ist wichtig sie hat jetzt halt da sie war jetzt komplett trauer und so was man ja auch nachvollziehen kann jemand sehr wichtig ist in ihrem leben ist nicht mehr und sie traut jetzt aber sie braucht jetzt was neues worauf sie sich kussieren kann und ich meine hey jemand der gerade anruft und ich versteht sie hat die person verloren jetzt die bisher verstanden hat wie was sie durch macht beziehungsweise wegen ihrer fähigkeit und jetzt kriegt sie einen anruf und jemanden der das nachvollziehen kann der versteht was mit ihr eventuell ist die sogar die person sogar antworten eventuell hat also das ist auf jeden fall interessante überlegung mal nachzugehen und wird wahrscheinlich jetzt auch unsere nächster stopp sein ich glaube nicht dass sie jetzt sagt ne weißt du was ich denke mal die wird da sich jetzt schon auf den weg machen weil er gesagt hat schnell schnell ich kann das nicht nicht mehr sehen oder sowas in der art hallo taube tschüss taube diese medien mögt ihr das beim fleisch und das so medium ist ich kann das ja gar nicht das geht gar nicht selbst wenn es richtig teures fleisch ist was dann so medium ist nee ist mir egal nein ich will es durch haben ist mir egal wenn andere sagen wenn es mehr durch ist schmeckt es nicht mehr ist mir egal mir schmeckt punkt jeder hat einen anderen geschmack ja ja irgendwo her ja das ist richtig um brumm ach den weg hätten wir doch auch joggen können oder mit dem fahrrad kommt schon nee lieber schön ich treiben lassen war hier im schönen wald fahrrad richtig schön sprint geben so so ein schöner weg gewesen oder nicht ich habe ich gesehen vorhin in diesem intro so was hat gewesen sein sollte ich habe ich habe da einfach nur bilder von leuten gesehen ich habe da überhaupt nichts wichtiges raus erkannt also wirklich gar nicht ich weiß nicht was das intro ein sagen ich weiß es wirklich überhaupt kein plan liebe grüße aus nie war du würdest es ihr lieben schatz es gibt eine tolle kindertagesstätte und einen kostenlosen markus hier sind viele familien und das hotel ist riesig so etwas habe ich noch nie gesehen ich vermisst du wirst du wirst hier ich vermisse dich dein f dein f dein f okay 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 gut das wird das eingesammelt haben vielleicht mal auf die karte da gucken aber jetzt nicht wieder zurück wir finden unseren weg schon rüber klettern rüber ja jetzt treiben wir doch mal ein ein bisschen sport ja komm und ja sehr gut sieht schön aus also der bank ich kann jetzt springen naja ich kann jetzt schnell laufen schneller immer schön atmen immer schön atmen beim laufen gleichmäßig atmen ja guck mal hier parkour mäßig ich will auch hier rum laufen wie dann war es schon da geht noch mehr geht noch ein kilometer woher kommt der ball okay das ist gruselig also jetzt sollte der instinkt rein kicken renn oder kämpf renn oder kämpf renn oder kämpf aber nicht da einfach stehen bleiben okay wir kämpfen drücke lb ein blick ja guckern ja guckern ja guckern uah okay ich find gar nichts links rechts links rechts links rechts links rechts links und aufwärts ja und weiter 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 okay kurz bäuschen einmal kurz durchschnaufen komm es maybe und k 1968 das ist aber schon länger her und weiter ha 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 bin ich jetzt hier richtig ich sehe hier da lang einfach umgucken oder wir wissen wo lang kein plan da ist ein roter pilz gewesen den habe ich gesehen oh vielleicht gibt es einen weg hinein ich glaube da auf der rechten seite ist ein weg rein ah warning da gucken wir uns mal eben an warnung aufgrund der kürzlich ausgegrabenen gebeine wurden die renovierungsarbeiten bis zur archäologischen untersuchung ausgesetzt ausgesetzt ok something happened here something happened here nä nein eins zwei eins zwei eins zwei wo was passiert der ultra instinkt modus kickt war wieder zwei bilder neues salon kann es sein dass wir jetzt manchmal irgendwo nicht hinlaufen können weil in der realität dann irgendwo eine wand mit der art x ok konzentriere nicht auf die materielle welt vor der rote den ney der 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 das ist auf der 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 Ich frage mich, was sie jetzt sieht. Ich glaube, sie sieht jetzt das Rechte, oder nicht? Auf der rechten Seite. Oder sieht sie beides, so wie wir? Mit der Energie können wir jetzt Strom zuvor erstellen. Ja, vorsichtig. Ja, immer schön langsam. Alles gut. Haben wir Zeit. Weil, genau wie bei den Treppen, ne? Nur nicht runterplumpsen. Nicht schlecht. Ah, huh, 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 da, links, rechts, links, rechts. Super, dass wir die Fähigkeit freigeschaltet haben. Wir können jetzt schneller laufen. Energie ist Energie, oder? Oh, geisterwillen Laden. Ah, hui, ich, nie. Oh, so, das hat funktioniert. Okay. Gut für dich, Marianne. Diese Macht meiner, so viel Schmerz in den Arten, wie sie waren, kamen sie manchmal in Hand. Nö, wir können jetzt da durch. Ha. Auf der rechten Seite war gar nichts. Genauso wie auf der linken manchmal. Und jetzt sind wir wieder weg. Okay, ich sehe schon. Das wird so puzzlemäßig. So ein bisschen rätseln. Wenn wir dann die zwei Ansichten haben. Oh, es ist kalt? Na dann. Schön in Bewegung bleiben. Schön warm laufen. Wenn es kalt ist. Das kann ich jetzt gar nicht so nachvollziehen, dass es kalt ist, weil es hier gerade echt warm ist bei mir. Also, ich stelle es mir vor, dass es kalt ist. Das hilft mir ein bisschen. Weil es ist aktuell warm, ne? Viel trinken, Leute. Viel trinken. Es ist aktuell warm. Und boah. Aber, ach, das geht schon. Geht schon alles klar. Man macht sich kühle Gedanken. Man bleibt ruhig. Ha. Man bleibt ruhig. Das ist... Äh. Gestern noch hier... Bei fast 30 Grad auf der Handelbank gelegen. Hehehe. Man bleibt ruhig. Genau. Erstmal da. Ja. Aber, aber. Alles gut. Solange man sich wohlfühlt, dann... Ist ja alles gut. Und viel trinken. Ne? Was zur Hölle? Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. What zur Hölle? Geh, geh doch mal in die andere Richtung, ne? Gut, machen wir. Tudelütü, 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 Tudelütü. das könnte so eine sequence sein manchmal ich finde das ja nicht schlecht mit der kamera und sind ja manchmal ist so confused dann change die kamera und du läufst in die direction aber weil der kamera winkel sich dreht das ist dann auf einmal in einer anderen richtung das ist ein bisschen verwirrend aber ansonsten ist das ja kein problem okay ziehen was passiert dann gönne ich mir mal einen schluck lecker was für eine art kraft ist das und wo steckt der sinn darin nie war ja ein ort dann einen gleich runter zieht bringe weiter im resort vor erst mal einen anruf muss gucken ob ich noch versichert hallo